Ich kann einfach nicht schlafen. Ich frage schnell, Fynn, wofür wach ist? Bist du wach? Was? Bist du wach? Was? Hä? Was ist? Vor allem von zu Hause, wechseln wir uns gerade 0.10 Uhr. Okay. Mann, du schleichst voll geil, ey. Du schleichst auch untergegen. Okay, Fynn? Ja. Lach nicht so laut. Was hört sie uns noch? Ich muss schnell planen, Jule. Was musst du? Lach nicht so laut, was hört sie uns noch? Schnell raus. Sie hört euch raus, schnell. Ich muss noch schnell Arktis mitnehmen. Boah, was machen die denn schon wieder da? Scheiße, ich geh die jetzt erschrecken, ey. Erstmal mein hässliches Gesicht schnüßig. Perfekt. Perfekt. Wohin sollen wir gehen? Lass dich wieder raus, komm. Was? Willst du dein Minihaus? Nee, lass dich durch die Nachbarschaft gehen. Ja, ja, ja. Komm, lass uns zum Allomationszentrum. Arktis? Wollen wir auf unseren Tieren reiten? Ja. Ich fühl mich beobachtet. Ich lache gar nicht. Lach nicht, sonst wird es doch Nachbarin sehen uns verpfeifen. Nein, ich schneide hier rein. Nein, nicht da rein. Warum? Wir entlang gehen, in die Nachbarschaft bleiben, nicht in die Innenstadt gehen. Aber warum? Weil wir in der Nachbarschaft sicher sind. Nein, ich bin auch schon irgendwo reingekommen. Hilfe. Bist du in ein Haus eingebrochen? Ja. Oh Mann. Ich bin rausgekommen. Der hat mich rausgesmissen. Das denke ich mir auch bei deinem Gesicht. Hallo, ist hier jemand, ihr habt was gehört, glaube ich. Kommt, bildest du dir nur ein. Du bildest dir jetzt nur ein. Ich seh niemanden, okay. Kommst du jetzt? Ich komm ja schon. Was ist das? Es ist Spaß. Es ist Spaß. Es ist Spaß. Weg von meinem Rass. Weg von meinem Rass. Weg von meinem Rass. Weg von meinem Rass. Jetzt schaut er dir auch. Wie hat du mich?